Tom Neuwirth, alias Conchita Wurst oder nur Wurst, präsentierte in meiner VUG live sein oder ihr neues Studioalbum Truth of a Magnitude. Dem Publikum gefiel es jedenfalls auf Anhieb. Tom, Wurst, wie darf ich dich ansprechen? Es ist so wurscht. Am Ende ist es immer Wurst. Hauptsache ich stehe im Mittelpunkt und dreime um. Also ich muss sagen, dass sich bei mir vieles geändert hat in den letzten Monaten. Ich war immer vor Konzerten extrem nervös, fast so ein bisschen so, ach Gott, ich will eigentlich gar nicht, weil das ist mir zu arg und das ist alles so ein technischer Ablauf, weil ich mich halt einfach selber extrem unter Druck gesetzt habe. Und das habe ich ein bisschen liegen gelassen. Und jetzt habe ich einfach nur mehr Garde. Ich habe es geliebt, wie alle mitgegangen sind. Die haben teilweise die Lyrics von den neuen Songs kennengelernt. Nicht einmal ich keinen Text so gut. Das Heut mit dem Publikum, das war das Sahnebizet und die Kirsche drauf. Und ich habe so eine Garde gehabt und nicht mehr geht es.